Nach Orestes und Gletson haben wir endlich mal wieder einen Brasilianer in unserem Kader, Junior Brumado. Mittelstürmer, 24 Jahre jung, 1,90 groß, kommt per Laie vom FC Michelin für ein Jahr ohne Kaufoption. Erstmal heißen wir ihn herzlich willkommen. Ein Stürmer hat uns noch gefehlt, eine Anspielstation, der die physische Robustheit mitbringt, die hohen Bälle verarbeiten kann, auf unsere schnellen Spieler weiterleitet. Fackelt nicht lange vor dem Tor, das kann man sagen. Ist trotz seiner Größe technisch versiert, schnell auf dem Platz, bringt ein gutes Tempo. Mit Dribbeln kann er sowieso brasilianisches, südamerikanisches Temperament. Da haben wir mit Juan Jose Perea schon ein goldenes Händchen gehabt, warum nicht auch mit Brumado. Allerdings gibt es noch Sachen, die man bei ihm genauer betrachten muss. Er hatte im Juni 2022 seinen höchsten Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Michelin hat ihn aus Brasilien geholt vom brasilianischen Klub Bahia für eine Ablöse von 2,25 Millionen Euro. Die konnte er bisher in der dänischen Liga noch nicht gerecht werden. Hatte aktuell einen Marktwert von 1 Million Euro. Ist also dementsprechend nach unten gegangen. Warum, wieso, weshalb liegt unter anderem daran, dass er eine längere Zeit verletzt war. 2022, 23 fiel er wegen einer Muskelverletzung für 155 Tage aus. Hat 19 Spiele verpasst. Dann hatte er eine Knieverletzung, 4 Spiele. Sprunggelenksverletzungen, 7 Spiele und davor 28 Partien ausgefallen. 2020, 21. Ich kann euch aber ein bisschen beruhigen. Die letzte Verletzung war am 31.01. Das ist doch schon ein paar Monate her. Hoffen wir einfach mal, dass da nichts dazu kommt. Die Tore, die er geschossen hat, hat er meistens per Fuß erzielt. Eben nicht per Kopf. Das wird wahrscheinlich auch so ein Trainingspunkt sein, wo er dran arbeiten muss. Kopfballstärke. Ein einziges Kopfballtor habe ich gesehen. Der Rest, wie gesagt, mit dem Fuß. Positiv aufgefallen ist mir, dass er auch einfach mal aus der zweiten Reihe schießt. Hat eine gute Schusstechnik. Nur eben bei Michelin ist er in letzter Zeit nicht mehr so zum Zug gekommen. Hat in der aktuellen Saison nur 4 Spiele auf dem Konto. 0 Tore geschossen. Dafür aber 28 Minuten in der Euro-Conference-League-Qualifikation gezockt. Internationale Erfahrungen sind da. Mit Michelin auch, glaube ich, 22, 21, 22 in der Europa League gespielt. Mit 22, 23 lief auch eher weniger erfolgreich in Sachen Tore schießen. 13 Spiele gespielt. 0 Tore. Ja, wenn man so auf die Quote geht, dann kann man da schon grübeln. Und vor ein paar Tagen war ja auch noch das Gerücht im Raum, dass man den isländischen Nationalspieler Gudjonsen verpflichten wollte. Auf den ersten Blick hätte mir sein Profil mehr zugesagt. Aber das ist ja auch alles nur Statistik-Kram. Wir sind froh, dass Brumado hier am Start ist. Statistiken hin oder her. Er kann es jetzt auf dem Platz einfach zeigen. Blick man auf die Saison 21, 22. Geht also nochmal 2, 3 Jahre zurück. Dort hat er eine bessere Torquote gehabt mit 10 Treffern. 3 Torvorlagen in 39 Einsätzen. Bedeutet, er kann es eigentlich meiner Meinung nach ein interessanter Transfer. Ein großer Stürmer, der uns gefehlt hat. Bisher hatten wir ja eigentlich nur Hinterseer, der da groß gewachsen ist als Anspielstation. Der erstmal zu seiner alten Form zurückfinden muss. Wenn er sie findet, dann könnte er uns wirklich viel weiterhelfen. Ich denke, das kriegt er dann mit ein paar Trainingseinheiten von Alois und Dimitros mit, dass er da an seinen Fehlern arbeitet. Und alleine von seinem Profil her bringt er ja alles mit für den perfekten Mittelstürmer. Er wird nicht gegen den HSV spielen. Erst in der kommenden Woche, also in der nächsten Woche, ins Training einsteigen. Herzlich Willkommen bei unserem FC Hansa. Schießt viele Tore und dann geht es danach wieder zurück. Ist ein bisschen schade, immer diese Line. Ich würde auch gerne Gewissheit haben, Spieler verpflichten, auf die du dich einstellen kannst. 1, 2, 3 Jahre. Aber das ist eben erstmal nicht drin. So kriegst du halt talentierte, teure Spieler für relativ wenig Geld. Übernimmst das Gehalt. Und Walter hat sich ein bisschen locken lassen auf der PK, dass man bei einem Weiterverkauf, also sollten wir seinen Wert steigern und er dann bei Michelin, sage ich mal, einen neuen Verein finden mit einer hohen Ablöse, dass wir daran vielleicht verdienen werden. Also Hansa, das wäre so ein kleiner positiver Nebeneffekt. Klar, Perea wird gehen, Brumado wird wieder gehen, Jonas David wird wieder gehen. Wenn wir eine stabile Saison spielen mit den Jungs, auf einem ordentlichen Tabellenplatz stehen am Ende, dann kann man sich Schritt für Schritt etablieren und irgendwann werden wir auch solche Spieler dann fest verpflichten können. Ich bin gespannt auf eure Meinungen zu Brumado Brasilianer bei unserem FC Hansa. Kann das was werden? Denkt ihr, der Junge wird einschlagen? Wie viele Tore wird er schießen? Danke fürs Zuschauen. Jeden Daumen nach oben, bleibt stabil. Wir sehen uns vielleicht am Sonntag in Hamburg wieder. Haut rein, Brumado, zeig es uns, schieß Tore und bis zum nächsten Mal.